Ich bin ein bisschen verliebt in dieses Auto. Der Atto 3 von BYD, Build Your Dreams, macht genau das, was der Name sagt. Sie haben einen Traum gebaut. Das ist kein Auto, das jetzt neue Benchmarks erreicht. In Beschleunigung, Ausstattung, Komfort, was, Reichweite, was auch immer. Nein, tut es nicht. Aber das, was es macht, macht es so, dass ich es gut finde. Ich kann mit dem Wagen hier, bin jetzt 10 Tage unterwegs gewesen. Der macht ein vollkommen sicheres Gefühl. Er ist wunderbar designt. Das ist klassische, im Moment sehr beliebte SUV-Design. Der ist nicht groß, 4,45 Meter lang. Und auf diesem 4,45 Meter bietet er wirklich eine Menge Platz. Also das ist wirklich überraschend, weil das ist jetzt nicht so ein großes Auto. Aber es bietet eine Menge Platz und viel Luftigkeit, das ich sehr, sehr genossen habe. Ich bin sehr angetan von diesem Wagen, weil Verarbeitung ist prima. Die Ausstattung ist super. Er hat alles, was man heute so braucht und was die EU vorschreibt. Und ich bin ja nicht unbedingt so ein Fan von diesem ganzen Abstandsregel- und Seitenverlassens-Spurwarnungskram. Bin ich ja nicht so ein Fan davon. Aber die EU ist der Meinung, sie muss halt eben die Sicherheit im Autofahrenbereich steigern. Was ja auch gut ist. Aber es ist ja doch oft so, dass die Dinge einfach nur nerven, weil sie dauernd irgendwo piepen und warnen und rütteln und ins Lenkrad eingreifen, wo de facto eigentlich gar keine weitere Gefahr zu sehen ist. Das kann man hier alles wunderbar einstellen. Und das gefällt mir sehr, sehr gut, dass man hier sagen kann, na komm, melde dich, wenn du meinst, ich bin hier irgendwo in Gefahr oder ich gefährde andere. Aber mach es bitte leise oder vibriere nur am Lenkrad. So was in der Art. Das macht er hier wunderbar. Das kann ich alles einstellen. Hat mir sehr, sehr gefallen. Ich kann also alles einstellen. Er hat alles drin. Er hat ein paar lustige und verspielte Details, wie zum Beispiel, gefällt mir großartig. Der Türöffner ist gleichzeitig auch der Hochton-Lautsprecher hier. Kommt man nicht sofort drauf, aber ist eine wirklich coole Idee, weil auch der Lautsprecher auf Ohrenhöhe ist und dann entsprechende Höhenwiedergabe direkt ans Ohr ermöglicht. Muss man erstmal finden, ist aber an sich, finde ich, eine coole Idee. Man hat hier in den Seitenfächern, die sind mit so kleinen Bändern bespannt. Da kann man echt Gitarre spielen. Also ein bisschen Bass vielleicht. Aber man kann tatsächlich, wenn man ein bisschen Langeweile hat, kann man hier mit den Seiten spielen. Lustig. Man kann den Bildschirm hier drehen. Unterhaltsam. Der praktische Nutzen. Na ja, der Autoverkäufer sagte mir, ja, wenn du mit dem Navi unterwegs bist, kannst du mehr nach vorne gucken. Hat er recht. Ob ich das jetzt wirklich so brauche, weiß ich nicht. Ich mag die Einstellung quer eigentlich am liebsten. Aber es ist eine Geschmacksfrage. Es ist ein lustiges, interessantes Gimmick. Was die sich hier hat einfallen lassen, finde ich gut. So, er ist sehr leise. Er ist wirklich sehr leise. Ja, das ist wirklich überraschend. Also ich habe eine Menge E-Autos gefahren in den letzten Monaten, die alle irgendwo entweder sehr sportliche Einstellungen haben oder einfach klappern und knarzen. Habe ich hier nicht. Ich bin mit dem über Kopfsteinpflaster gefahren. Ich bin mit dem über offenen Schotter gefahren. Das funktioniert tadellos. Man merkt, okay, hier ist unebener Untergrund. Aber er filtert das raus. Und das ist, wir reden hier von einem Auto in der 40.000 Euro Klasse. Teilweise gibt es Angebote darunter. Das ist sehr gut. Sehr, sehr gut gefällt mir das. Also ich habe hier ein absolut ruhiges Fahrgefühl. Man hört nur dieses elektronische, naja, da können wir darüber streiten, ob das schön ist, dieses Geräusch, das die Autos nun mal machen müssen. Da würde ich mir vielleicht mal wünschen, dass man selber was einspielen kann. Aber gefällt mir jetzt nicht so, muss aber sein. Aber das ist das Einzige, was man hier hört. Und so ein paar fahrbaren Geräusche, halt eben, wenn man jetzt, wie jetzt gerade eben, so ein bisschen über den Gullideckel fährt. Gehört auch dazu. Er hat eine Wärmepumpe, was sich natürlich im Winter sicherlich auch sehr gut bemerkbar machen wird, was die Reichweite anbetrifft. Das ist also schon mal gut. Und die Lüftung hier ist auch sehr, sehr leise. Verspieltes Design, hatte ich schon gesagt. Was mir sehr gut gefallen hat, ist zum Beispiel, dass hier Spotify in dem Betriebssystem schon mal vorinstalliert ist. Man verbindet sich einfach nur mit seinem Account. Und schon hört man einfach mal ein eigenes Icon hier drauf. Und dann kann man einfach Spotify starten. Das geht dann auch beim nächsten Mal, wenn man den erstatet, also dann Spotify beim nächsten Mal, wenn man wieder einsteigt von alleine. Tadellos, finde ich super. Updates over the air hat er. Also er hat auch jetzt bei mir hier gerade, während ich ihn hatte, über Nacht ein sehr großes Update geladen. Ich hatte schon die Hoffnung gehabt, dass er das Betriebssystem auf deutsche Sprache umstellt. Also die Bedienelemente sind alle auf Deutsch, aber wenn man mit ihm quatscht, dann geht das alles noch auf Englisch. Das sagt BYD aber ist in Arbeit und kann eigentlich nicht mehr allzu lange dauern, dass man sich mit ihm ja auch auf Deutsch unterhalten kann. Was hat mir noch gefallen? Achso, ganz wichtig, was mir hier persönlich wichtig ist, ich möchte gerne einen Lautstärkeregler. Und zwar einen richtigen. Der ist hier in der Mittelkonsole. Schönes, silbernes, sanft klickendes und sich sehr gut anfühlendes Drehrad. Das gleiche gibt es hier auch nochmal am Lenkrad selber. Und das gefällt mir sehr, sehr gut, weil es sehr, sehr schnell funktioniert und auch sehr genau reagiert auf den Wunsch, den ich habe. Ich möchte es nämlich leiser oder lauter und nicht erstmal nochmal drücken oder schieben oder ähnliches, sondern es funktioniert einfach. Es ist die perfekte Lösung. Ich brauche keine Touchtasten oder ähnliches. Lautstärkeregler, den man anfassen kann und der sich bewegt, ist einfach die beste Lösung. Da braucht man nichts anderes machen. So, Fahrverhalten. Absolut sicher. Er beschleunigt in mäßigen sieben Sekunden auf 100. Ja, ist ein ordentlicher Wert. Ich glaube, so ziemlich 90% aller Verbrenner beschleunigen auch nicht schneller. Und muss ja auch gar nicht schneller beschleunigen. Es ist kein Sportwagen. Sondern im ganz regulären, normalen Alltagseinsatz sind sieben Sekunden auf 100 ein guter Wert. Es ist kein schlechter Wert. Natürlich bieten Elektrofahrzeuge auch monströse Beschleunigungsorgien. Aber das finde ich ehrlich gesagt jetzt nicht so wichtig. Nicht so wichtig. Kommt bei mir sehr selten vor. Ich lebe in einer Stadt mit 4 Millionen Verrückten. Da muss ich nicht in 3 Sekunden auf 100 beschleunigen. Brauche ich nicht. Da sind eher gute Bremsen wichtig. Und die bietet er. Die bietet er. Ich kann hier sehr, sehr gut bremsen. Ich habe ein sehr, sehr gutes Lenkgefühl. Das Lenkrad zappelt nicht. Es ruckelt nicht. Und es gibt mir eine wirklich gute Rückmeldung von der Fahrbahnbeschaffenheit. Ich habe zu keiner Zeit mich hier in irgendeiner Art und Weise unsicher gefühlt. Und das Auto macht genau das, was ich möchte. Und es reagiert in genau der von mir gewünschten Art und Weise. Was haben wir noch? Ein Problem. Ein Problem ist es nicht wirklich. Aber das Auto ist zwar fast den Platz und das Kofferraumvolumen und die Ausstattung anbetrifft. Ein Auto, das man auch auf längeren Strecken fahren möchte und kann, reicht vollkommen. Ist ein super Auto. Aber es hat eine sehr mäßige Ladegeschwindigkeit. Also BYD gibt es netterweise... Entschuldige, ich habe dich nicht gemeint. Es gibt auf der Webseite netterweise die Ladegeschwindigkeit von 30 bis 80 Prozent. Mit einer halben Stunde an. Sorry, I'm not sure what you mean. Das ist okay. 30 bis 80 Prozent braucht er eine halbe Stunde. Bei 30 Prozent, ehrlich gesagt, lade ich das Auto noch nicht, sondern eher, wenn er unter 20 Prozent ist. Und da muss man schon tatsächlich, um eine Akkuladung bis 80 Prozent zu erreichen, braucht man tatsächlich eine Dreiviertelstunde. Das ist üppig. Das ist üppig. Das ist nicht wirklich schlecht, aber da macht das Gros der Mitbewerber doch schon deutlich bessere Ladezeiten möglich. Ich gehe davon aus, BYD ist sich dieses Problems bewusst, kann es vielleicht jetzt noch nicht lösen, aber arbeitet mit Sicherheit daran, dass es in Zukunft dann mal von 10 auf 80 Prozent in weniger als 30 Minuten geht. Weil das wäre nämlich sinnvoll. Was haben wir hier noch? Das Auto. Mein Gesamteindruck ist ein sehr guter. Ich bin das erste Mal von einem Elektroauto wirklich überzeugt, weil das Gesamtpaket, er erreicht keinen neuen Benchmarks. Aber das Gesamtpaket, die Summe der Teile, die dieses Auto hier bietet, die Materialqualität, die Ausstattung, die Fahrqualität, das Platzangebot. Das ist für diesen Preis sensationell, das ist wirklich sensationell. Ich habe mich selten in einem E-Auto so wohlgefühlt. Und die sagen, ja, ich bin ein bisschen zu schnell. Da ist ein kleines Problem, weil hier darf ich nämlich 80 fahren, aber es gibt ein Schild, das sagt halt eben, ab 22 Uhr bitte nur 60. Und ja, das ist halt eben, das erkennt er noch nicht so richtig, dass da eine Unterscheidung ist. Anyway, das machen viele andere auch so. Was mir hier noch aufgefallen ist, das hat mir nämlich der Verkäufer hier gesagt, ich bekomme hier nichts dafür. Also ich verdiene hier kein Geld damit und ich bekomme keine Provisionen oder ähnliches. BYD hat mir das Fahrzeug netterweise kostenlos hier zur Verfügung gestellt. Aber wenn man auf die Webseite von BYD geht, dann sieht man ein Leasingangebot zu diesem Fahrzeug. Und das hat es in sich, weil es gibt ein Leasingangebot. Man kann diesen Wagen, so wie er jetzt hier steht, für 199 Euro monatlich fahren. Und zwar 5000 Kilometer im Jahr. Und wenn man 10.000 Kilometer fahren will, dann kostet es 230 Euro. Es gibt eine Anzahlung von, ich glaube, rund about 4500 Euro. Aber die ist deckungsgleich mit dem Zuschuss, den man vom Staat bekommt, wenn man sich bis Ende des Jahres 2023 ein Privat. Ein E-Auto zulegt. Und das dient quasi als Anzahlung. Also tatsächlich würde man, man ist berechtigt, diese Förderung in Anspruch zu nehmen, fährt man dieses Auto zwei Jahre lang für monatlich weniger als 200 Euro und hat ein wirklich geniales Auto. Wie gesagt, ich verdiene hier nichts dran. Ich sage es nur einfach, weil ich das Angebot einfach umwerfend gut finde. Das gibt es nicht so schnell wieder und auch nicht bei anderen. Finde ich sehr, sehr gut. Deswegen, ich weise einfach mal darauf hin, für den, der es interessiert. Das dürfte noch bis Jahresende gelten. Finde ich wirklich gut. So, das war's. Als letztes noch das für die meisten ja so wichtige Informationsthema. Wie weit fährt er denn? Realistisch. Realistisch. Nicht nach WLTP fährt er mit Stadtverkehr, bisschen Autobahn, viel Landspraße, fährt er zwischen 300 und 330 Kilometer. Und das finde ich in Ordnung, das ist nicht überragend, aber es ist vollkommen ausreichend. Vollkommen ausreichend. So, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich finde dieses Auto großartig und das will ich damit mal gesagt haben. Und ich würde mich freuen, wenn ihr eure Kommentare hinterlasst. Vielleicht habt ihr eigene Erfahrungen dazu. Achso, eins habe ich noch vergessen. Und zwar, dieses Auto ist geeignet, Beziehungen herzustellen, weil das Design ist sehr gefährlich. Klassisches SUV-Design, bisschen höher, bisschen breiter. Und es vergeht, man kommt zu diesem Auto nicht, ohne dass man angesprochen wird. Und oftmals auch, weil es so schöne, weiche und nicht so aggressive Form hat, auch von durchaus attraktiven Ladies. Also, könnte durchaus sein, dass ihr vielleicht euren Traumpartner hier findet, wenn ihr dieses Auto liest oder kauft. Sie fahren zu schnell für die Geschwindigkeit. Ich fahre nicht zu schnell, das ist ja kein Quatsch. So, also in diesem Sinne, viel Glück mit diesem Auto. Ich hoffe, es macht euch Spaß, es freut euch. Und bis zum nächsten Mal.